Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr.Wendem1974 und das ist Saxion, ein Smub von Thalamus und die waren eigentlich die Macher immer sehr kreativ und ja, es ist halt ein Smub wie man es kennt, ein klassisches Shoot'n'up, aber es hat etwas Interessantes, was man nicht so oft sieht. Ich werde das jetzt nicht so wirklich gut zeigen können, weil ungetrained kriege ich da nicht viel auf die Kette. Ihr seht aber jetzt schon, worauf ich meine. Das Ding hat einen Dual Screen. Das ist kein Witz, also oben seht ihr das von der Draufperspektive und hier seht ihr das von der Seitenperspektive. Ich kann dann mal ein bisschen beschleunigen, dann seht ihr auch, dass sich das dementsprechend wirklich verändert. Ja, und ich fand das damals richtig geil, also wer die Chance hat, das zu zocken, macht das. Das ist ein sehr solides Game, ja. Wenn ich mich natürlich richtig gut anstelle, sind wir natürlich schon gleich in wenigen Sekunden tot. Das muss aber nicht sein. So, mal gucken, wie weit man kommt. Ihr könnt also wirklich die Geschwindigkeit regulieren, ihr könnt, wie ihr schon seht, runterfliegen. Diese komischen Dinger muss man ausweichen. Ihr seht so ein bisschen, der obere Screen ist so ein paar Sekunden immer, ja, ich würde nicht sagen im Voraus, aber man sieht schon, was da wie kommt. Da kann man schon ein bisschen was abwägen. So, das sieht ja ganz gut aus. Ich bin ja hier irgendwie nicht auf Zeit. Das war natürlich super. Den habe ich natürlich nicht passend erkannt. Ich habe gesehen, dass da was kommt, aber nicht warum. Das ist natürlich sinnfrei. Ja, und von diesen Art von Smubs gab es ohne Ende Haufen 64. Also das ist, äh, was war das denn? Achso, bin ich jetzt von dieser Explosion kaputt? Oh. Ja, super. Das machen wir eben nochmal. Alter. Ja, Kollisionsabfrage war damals auch ein Fremdwort. Ich meine, du bist es bei heutigen Games ja teilweise auch noch. Heute wird es als Glitch verkauft oder als, weiß ich nicht, Hardcore-Modus. Hier war einfach eine Scheiße programmiert. Oh. So, dass wenn man schneller ist, sind die Kugeln, die einen jagen, auch schneller? Das ist natürlich nicht ganz so sinnvoll. Ihr könnt ja mal einfach so als Community-Aufgabe, damit ihr auch mal ein bisschen was tut, mal überlegen, na, was ist denn so euer Lieblings-Shooting-Up? Oder habt ihr sogar die Chance genossen, ein paar Shooting-Ups auf dem C64 zu spielen? Mega-Apokalypse fällt mir noch ein. Ja, natürlich die Gyrus-Version des C64, die ist schön. Terra Cresta, wer das kennt, Slapfight, Delta. Dann natürlich, ne, für alle Chris-Hülsbeck-Fans, Katakis, R-Type. Und natürlich auch die, ähm, Gradius- oder Nemesis-Reihe gab's ja auch auf dem 64er. Fand ich sie nicht ganz so gut, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Nun ja. Muss ja nicht alles gut finden, ne? Aber sonst, Smubs, gab's hier wirklich ohne Ende. Joa, jetzt läuft's ja. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo auch tatsächlich den Level irgendwie beenden kann, oder ob man jetzt endlos fliegt. Wäre immer schön, wenn ihr euch mal ein Level-Ende zeigen könnt. Ja, natürlich kann ich auch einfach mal wieder in irgendwelche Kugeln reinrennen, weil das kann ich so unglaublich gut. Da hab ich so unglaublich gute Skills. Das ist die andere Version von Bullet Time. So, komm. Geh weg. Aber ist schön, also was so an Screens... Screens aufgefahren wurde, war gar nicht so schlecht. Ich bin gut, ne? Ich weiß, ich lüge. Oh, das sieht natürlich geil aus, weil mit dem Hintergrund sieht man natürlich jetzt fast gar nichts mehr. Das ist natürlich sinnvoll. Ja, dann merken wir mal, was man als Blank nochmal für... Was war das denn? Das hat mich denn da erwischt? Wahrscheinlich das, was ich nicht gesehen hab, ne? Ja. Super. Komm, einen Versuch machen wir mal noch. Das ist ja klasse. Jetzt weiß ich noch nie, ob der so ein Patrouillenflug fliegt oder so. Ja, dann könnte man ja sagen, ist man ja doch schon fast am Ziel, weil das sieht ja so aus wie der Staat. Also, ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß es echt nicht mehr. Ja, super. Nicht unter dem Flugzeug durchtauchen, wenn das Flugzeug auf einen gerade pflegt. Das, liebe Kinder zu Hause, ist doof. Kennst du nicht? Erkläre ich dir. Heute, Sendung mit der Maus. Kamikaze. Wir ballern uns mal wieder einen Weg hier durch. Was auch so eine typische Geschichte ist, da haben auch mit der einen oder anderen mal was wissen wollen. Ja, es ist wirklich so. Ihr hattet meistens bei den 64er Games die Auswahl Musik oder Soundeffekte. Es hat lange gedauert, bis die mal beides hingekriegt haben. Dafür sind die Soundeffekte hier auch nicht so schlecht. Das geht auch noch so ein bisschen. So. Aber irgendwie so Special Waffen gibt es hier irgendwie gar nicht. Ja, super. Super. Zielen kann er wie ein junger Gott. Nein, kann er nicht. So. Auch so Ähnlichkeiten mit Uridium, wer das noch kennt, sind, glaube ich, auch, ja, sehr frappierend. Bei Uridium hattet ihr natürlich klassische Stationen und seid dann eben hoch und runter geflogen. Aber vom Setting kommt das schon ganz gut hin. So, wir knallen uns mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Kann er mal ein bisschen Gas geben. Boah, da ist er wieder. Das, was keiner sieht. Ich finde das unglaublich. Ihr seht da wirklich nichts, ne? Mein Gott. Ich meine, ich kann es auch in meinen Alter schieben, aber ich glaube, man sieht das wirklich nicht. So, komm, wir machen jetzt nochmal bis 10 Minuten. Vielleicht gestehen hier doch noch Zeichen und Wunder. Also, selbst wenn man die ganzen Reihen hier abrundt, dann kommt irgend so ein Ding von da hinten und macht die trotzdem platt. Also, fair ist was anderes. Aber da läuft irgendwie so ein... Ist das ein... Boah, ist das ein Timer? Oder ist das so eine Entfernungsanzeige? Wir werden es, so wie ich spiele, wahrscheinlich nie erfahren. Irgendwann nimmt die ab. Das ist irgendein Bonus-Score. Vielleicht ist sie weg. So, ich mache jetzt mal einfach so, dass ich, äh, alles abschieße. Das ist tatsächlich... Wir haben ein Level. Ach, das ist Bonus. Das heißt, ihr müsst da wirklich durchrushen. Ja, das ist ja ein Spiel für mich. Also, ne? Oh, was ist das denn? Bonus? Ah! Ja, mach ich super. Treff, unglaublich gut. Also, ich in den Krieg schicken ist total gut, weil es wäre keine Gefahr für den Gegner. Bevor er fragt, ja, ich habe auch Zivi gemacht. Der eine oder andere wird das in den nächsten zehn Jahren auch nicht mehr kennen, den Gag, aber... Joa. No Bonus? Naja, gut, ein bisschen was. Was schönes, hat auch ein bisschen was von Testbild, falls das noch jemand von euch kennt, ne? Ist ja mittlerweile auch ausgestorben. Testbilder im Fernsehen. Aber es gibt tatsächlich einen zweiten Level. Was ich alles gar nicht mehr auf die... Was ist das denn da? Ach, da gibt es neue Feinde. Aha. Aha. Was ist das? Macht der so eine Patrouille oder was soll das? Ich würde sagen, ist das so... So ist das so... Eier ist ein Rock, Australien. Können jetzt wieder unsere ganz große 8-Bit-Fantasie einsetzen und überlegen, was sehen wir denn da? Heute bei den Montagsmalern. Ah, komm, 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 komm. Ah, platt! Ich mach dich weg. Oh, noch einer. Sag mal, ist hier ein Nest? Ah, ich hab's ja wohl auch alle Neon-Zaun. Ja, ist klar. Ist klar. Ach, auch noch mit Barrieren. Nö, es wird ja immer besser. Nö, super. Riesig. Riesig. Ja. Ach, der startet dann automatisch. Ach, das ist so irgendwie über Battletoads oder was? Dann wird der automatisch schnell. Ach, ja, kann man machen. Ja, gut, das war Saxion, ein Smub auf dem C64. Ich bin euer MrWenom1974 und ich mach jetzt einfach mal hier die... mit perfekter Seniorenparkgeschwindigkeit einfach mal einen kleinen Ausklang. Wenn's euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr könnt immer vorschlagen, was soll ich als nächstes zeigen. Ich hab noch eine Menge vor. Aber der Zettel wird zwar auch schon ein bisschen leerer, das sag ich auch ganz ehrlich. Also ewig werde ich das auch nicht machen für die Leute, die das auch schon fortführen. Machst du das jetzt die nächsten 20 Jahre? Nein, ich werde nicht alles zeigen, weil es gibt auch... Ich sag's mal gelinde gesagt, auch Schrott. Aber vielleicht werde ich den ein oder anderen Schrott mal zeigen, weil... Es gibt ja auch ein paar Sachen, das ist dann Trash, was total absurd ist oder eben auch guter Trash. Muss ich mal gucken. Lass ich mir was einfach. Ja, wie schon heute? Ich bin euer MrWenom1974. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren, werpen. Und macht... Spielt einfach nicht so wie ich. Dann seid ihr schon mal 10 Nummern erfolgreicher. Dafür krieg ich jeweils die Achievements für schnellsten Tod der Welt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... Ich krieg ihn. Und für sinnlos den Gegner reinfliegen. Achievement! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.